Irgendwas stinkt hier gewaltig und ich weiß beim besten Willen nicht was es ist. Wer hat hier gefurzt? Um das rauszufinden, sind wir heute hier. Und da kommt auch schon mein guter Freund, der Kommissar. Alles klar, bei Frauen klingt Frau immer noch so fett. Wie du? Der Kommissar ist ein alter Witzbold. Kommissar, ich habe folgendes Problem, damit wird es alleine nicht mehr klar. Was ist los? Es stinkt gewaltig. Merken Sie es? Und ich weiß nicht woran es liegt. Vielleicht ist es Ihr? Nein, Ihr Whiskygestank ist es nicht. God bless Whisky. Wer von euch zwei Arschgesichtern hat mein Schaf geklaut? Dein Schaf? Mein Schaf. Die Polizei klaut keine Schafe. Die sind alle korrupt Geschleide. Bill, du weißt genau, dass ich keine Schafe mehr klaue seit Yokohama 19803. Was hast du dir dabei gedacht, als du hier in der Runde gekommen bist? Ich wollte, dass ich wollte aus eigentlich. Ich habe gepupst. Das tut mir leid. Gepupst? Sheryl George, verzeih mir bitte. Ich habe gepupst. Nein! Ich werde mir das Video geben, wie ein verrückter Bulle. Wie ist das, was ich schon für alte Untermerz? Ah ha ha! Flea von Dornado, Drak's Pack! Mehr via Englisch Drak's Biggie im도h lieber als Drak's Pack. Aber ich weiß nicht, wie es die beste Rheins ist. Schau, George, das ist mein Quiffus Frage. Ich weiß nicht, wie es die Rheinschrauben ist. Das Rheinschrauben kann auch die Rheinschrauben sein. Das ist gut, oder? Ja, das ist die beste Frage. Ja, das ist die beste Frage. Nein, nein. Ich weiß nicht, ob diese Aufnahme zu gut ist. Wisst ihr was? Ich habe einen Rheg. Und zwar? Wir könnten unseren Volksdanz aufhören. Nein, Zorun. Nein, Zorun! Zorun! Ich bin auf meine Kippe gedreht. Ich glaube, der ganze Scheiße ist voll aus, wie die andere Sachen. Irgendwas stimmt hier gewaltig und das ist unser Humor.